Checken wir mal unsere Ausgaben für diesen Monat. Wir haben das Meistere unseres Einkommens für Windeln ausgegeben. Warum für Windeln? Ich wollte wissen, wie die schmecken. Wir haben einen neuen Auftrag. Wie sollen die Frau von irgendeinem Vorstart-Heini umbringen? Die Belohnung, die wir dafür bekommen, ist im dreistelligen Bereich. Diese Frau treibt mich doch in den Wahnsinn. Ich halte diese Scheiße einfach nicht mehr aus. Bringt sie um sofort. Immer mit der Ruhe. Was ist überhaupt der Grund, warum sie umgebracht werden soll? Sie hat einfach den Kanal gewechselt, obwohl ich gerade meine Lieblingsserie geguckt habe. Das ist der Grund, warum sie umgebracht werden soll? Es war die Kochserie Chicken Surprise. Chicken Surprise! Okay, okay, schon gut. Geben sie uns die Adresse. Ist der Grund wirklich berechtigt? Sollte man sie deshalb umbringen? Der Grund ist total bescheuert. Aber ihr Mann hat im Voraus gezahlt, also legen wir los. Hast du die Waffe dabei? Ich hab die Windeln dabei. Wann hab ich was von Windeln gesagt? Wohin, als du in der Wohnung warst? Scheiß auf die Windeln! Hab ich schon. Oh fuck.